Hallo ihr Lieben, wir spielen heute World of Warcraft, und zwar das neue Addon Legion mit einem Draenei Schamanen. Mit meiner Jura. Momentan sitzt sie noch in Drehnor in ihrer Garnison. Aber wir fahren jetzt mal nach Sturmbind. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich habe die schon so lange nicht mehr gespielt. So, genau. Schauen wir mal. So, erstmal nach Ashran. Und von da haben wir ein Portal nach Sturmwind. So. So. So, hier in Sturmwind haben wir ein Quest. Und zwar schon das Quest, das uns praktisch dann irgendwann ins neue Addon bringt. So, ich habe doch bestimmt ein Flohort. Reittiere. So, wen nehmen wir denn? Nein, der kann nicht fliegen. So. Wartet mal, hier war auch noch ein Quest. Irgendwo hier unten drin. Hier. Hier. Was hast du für ein Quest für mich? Ach. Braufest-Event. Das machen wir jetzt nicht. Wir fliegen jetzt mal zum Hafen. Und melden uns beim Musterungsoffizier Li. Hier. Die Rückkehr der Legion. Seid gegrüßt, Jura. Ich habe eure Schiffszuteilung hier. Aber zunächst müssen wir uns vorbereiten. Allzeit bereit. Es sind Verbündete aus ganz Azeroth, auf Deutsch, ne? Nach Sturmwind gekommen, um uns im Kampf gegen die Brände der Legion beizustehen. Bevor ihr loszieht, solltet ihr sie aufsuchen. Jedes kleinste Detail der Vorbereitung ist hilfreich. Ich muss die Allianztruppen im Hafen von Sturmwind aufsuchen. Dann machen wir das. So. Mit Rüstungspolitur. Wir polieren mal unsere Rüstung. So. Das haben wir schon mal erledigt. Oh. Eine Kiste. Yay. Noch eine Kiste. So. Hier müssen wir... Waffe verstärken. Gut. Haben wir auch gemacht. Letzte Mahlzeit gegessen. Das klingt ja, als wären wir bald tot. Und jetzt noch mit einem Duell warm gemacht. Kann ich gleich mal schauen, ob meine Talente was bringen. Duellieren wir uns. Hier, den muss ich absprechen. Okay. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt müssen wir zum Steg. gut. Gut, dass ihr euch gründlich vorbereitet habt. Man weiß wirklich nie, was einen da draußen erwartet. Wir haben diese Ringe für hochrangige Mitglieder der Allianz anfertigen lassen. Möge er euch... Möge er euch diese Ringe? Okay. Möge er euch in den kommenden Schlachten beschützen. Also wir bekommen nicht diese Ringe, sondern einen. Die Schlacht um die verheerte Küste. Das ist euer Schiff, Jura. Es ist ein feines Schiff, das schon viele Schlachten gesehen hat. Sprecht mit dem Kapitän, wenn ihr bereit seid, aufzubrechen. Viel Glück da draußen. Wir haben nur wenige Berichte über die Vorgänge an der verheerten Küste erhalten. Aber ich bin mir sicher, dass König Varian alles unter Kontrolle hat. Also wir reisen jetzt mit dem Schiff der dritten Flotte an die verheerte Küste. So, jetzt ziehen wir erstmal den Ring an. Irgendstand für 700 haben wir bestimmt noch nicht. Nein. Jetzt ziehen wir den Ring an. Ja, wir fahren... Ja. 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 So wir sind jetzt in einem Szenario, mit ein paar anderen Spielern. Und hier. Und hier. 33 Dämonen getötet, 3 Teufelslords getötet und 3 Pfeile des Kummers zerstört. 33 Dämonen getötet und 3 Pfeile des Kummers. 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 34 Dämonen getötet und 3 Pfeile des Kummers. 34 Dämonen getötet und 3 Pfeile des Kummers. 34 Dämonen getötet und 3 Pfeile des Kummers. 35 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 Dämonen getötet und 3 Pfeile des Kummers. Okay. So, ich heile mal den Typen ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob wir einen Heiler dabei haben. Also ich muss mich in den Char noch so ein bisschen reinfinden. Okay, meine Mitspieler wissen wohl besser, wo es lang geht als ich. Mal schauen. Ja, ich sehe ihn schon leuchtend in der Ferne. Wir haben hier unseren König Varian drin. Okay. 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 Treffen lassen sollte man sich nicht. Da ist auch schon jemand halbtot. Okay. 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 Die sind abgeschirmte Anker zerschmettert. Okay. Die sind hier hinten. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ja. Das war's für heute. Okay, greift die Dämonenstadt an. Unser Jäger hat das wohl schon öfter gemacht, der weiß Bescheid. Okay, hier kann man in diese Autos hüpfen, Kanonen, keine Autos. Oh! Okay, hier kann man in diese Autos hüpfen. Okay, hier kann man in diese Autos hüpfen. Okay, hier kann man in diese Autos hüpfen. Nein, wir haben Tyrion noch nicht gesehen. Okay. 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 Wir sind bei 85%. 89, 90, 91. Wir sind gleich fertig. 90, 97. 90, 90, 90. Okay. Okay. Auf geht's zu Tyrion. Ja, Tyrion gefunden. Okay. Okay. Ich habe ihn Kuchen hier auch. Ich habe ihn schon hier auf. Okay, ich habe irgendwo hier einen Diener. Ne, auch nicht. Keine Ahnung, wo ich diesen Diener her habe. Hoffnungsbringerin der Agentum Dämmerung. Bestimmt von irgendeinem. Hm, ist ja auch nicht so wichtig. Okay. 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 Großos. Oh nein. Okay. 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 Kursos. 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 Das war knapp. So, bei uns kommen wieder Ads. Okay, Gul'dan gestellt. Hier vorne seht ihr Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay, Gul'dan. Okay. Okay, also der Graumähne bittet mich um einen Gefallen. Okay. Jura, ihr seid auf den Beinen. Okay, jo' Evet. Okay, dalen. Okay, dahumanität. Okay. Bis zum nächsten Mal.